Mein Name ist Sandra Ummeck, ich bin amtierende Vizemis Kärnten. Ich bin 20 Jahre alt und arbeite bei der Firma Danieli als Buchhalterin. In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne ins Fitnessstudio und im Sommer auch Laufen und Schwimmen und wenn mir die Zeit immer wieder bleibt, dann lese ich auch sehr gerne und natürlich möchte ich Miss Austria werden, weil es mir einen riesen Spaß macht, vor der Kamera zu stehen und das Modeln am Laufsteg. Ich kann besonders gut einfach gelassen sein. Ich nehme das alles nicht so ernst. Ich meine, sie nehmen das sehr ernst, aber ich bin viel ruhiger. Mir macht es einfach einen riesen Spaß, da dabei zu sein und es war eine riesengroße Ehre für mich, Österreich bei der Miss World World vertreten zu dürfen natürlich. Du sagst auf die Frage keiner Reichtum und Ruhm. Also ich glaube, das ist eher nebensächlich. Warum macht ihr das so Spaß, vor der Kamera zu stehen? Weil es nicht immer das gleiche ist. Man bekommt immer neue Outfits, neue Frisuren, man entwickelt sich ja immer wieder weiter.